Wir sehen auch, dass wir uns jetzt in dieser radikalen Kurve aufwärts bewegen, dass eigentlich immer mehr Know-how und Wissen verfügbar ist. Also nicht nur Sprachen, sondern ich kann alles finden zu jeder Zeit. Und das ist eine ganz neue Situation für Leute, die was recherchieren wollen, zum Beispiel diese Knowledge Doubling Curve, wo man durch Keywords und so alles finden kann. Cloud Computing, alle Informationen, alle Daten, alles Wissen, alle Medien sind in der Wolke erhältlich. Ich kann auf YouTube oder auf vielen Online-Fernsehen eigentlich finden, was ich will. Wenn ich nur den ganzen Tag Motorradfilme anschauen will, das kann ich, kein Problem. Wenn ich Archäologe bin, kann ich auch genug finden darauf. Auch wenn ich Keynote-Speeches will. Also in jeder Art und Weise verfügbar sind in der Zukunft. Wie sieht die Zukunft? Untertitelung des ZDF, 2020